Mit 30 Jahren hätte ich es mir definitiv nicht vorstellen können, dass ich heute mit knapp 30 Mitarbeitern jedes Jahr stetig wachse und erfolgreicher werde. Mein Name ist Stefan Hofmann und ich bin der Geschäftsführer der Stefan Hofmann GmbH Bedarung in Main. Wir betreuen Privatkunden, die öffentlichen Auftraggeber und Gewerbekunden im Umkreis von 100 Kilometern. Man kann von uns erwarten, dass wir vom ersten Kontakt an bis zur Fertigstellung des Auftrages 100 Prozent beim Kunden stehen. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich über alles, was das Daktiker Handwerk fordert. Uns als Unternehmen ist wichtig absolute Ehrlichkeit, Toleranz und Spaß an der Arbeit. Mein Name ist Tim Arnold, ich bin Juniorchef und Nachfolger der Stefan Hofmann GmbH Bedarung. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die Tradition unseres Unternehmens vorzuführen und die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Hier erfährt man die bestmögliche Unterstützung für seinen beruflichen Werdegang. Mein Name ist Dominik Fred, ich bin Projektleiter bei der Stefan Hofmann GmbH. Mir begegnen täglich die verschiedensten Herausforderungen, sie werden immer fachgerecht und ordentlich gelöst. Ganz wichtig für uns ist, uns Abgesprochenes einzuhalten, wichtige Details zu besprechen und die auch so umzusetzen, dass der Kunde zu gehen wird. Ihr Vertrauen in uns ist unser Fundament. Wir bauen auf Ihre Zufriedenheit.